Nur Bönen bleibt verschont, das tschechische Land an der Moldau. Viele deutsche Kauflöte und Handwerker siedeln sich dort an. Mitten in einer unterentwickelten Region Osteuropas entsteht die blühende Stadt Prag. Wir wünschen Ihnen anregende Unterhaltung. Untertitelung des ZDF, 2020 Im Oktober 1349 wütete in Europa die Pest. Jeder Dritte starb, Landstriche verödeten. Nur Böhmen, das Land an der Moldau, blieb verschont. Ein Wunder. Böhmen erlebte Jahrzehnte des Friedens und des Wohlstandes. Man hatte in den Bergen Silber gefunden. Das Silber verwandelte die Hauptstadt Prag in eine der reichsten Städte des Heiligen Römischen Reiches. Hier Handel zu treiben versprach hohen Gewinn. Viele deutsche Kaufleute und Handwerker verließen ihre Heimat und siedelten sich an mitten im aufblühenden Land der Tschechen. Eine neue Moldau-Brücke wurde gebaut. 500 Meter lang, 10 Meter breit. Sensationell im 14. Jahrhundert. Wer die Brücke betrat, musste unter dem gewaltigsten Turm jener Zeit hindurchgehen. Brücke und Turm wurden zu Wahrzeichen Prags. Im Verlauf einer Generation erhob sich der kleine bömische Ort zur Weltstadt. Der Geldgeber lebte auf einem Berg mitten in Prag. Er hieß Karl, war bömischer und deutscher König und wurde schließlich Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Dieser Mann stellte sich eine unerhörte Aufgabe. Er wollte in dem von Pest, Hunger und Krieg zermürbten Reich Frieden und Sicherheit herstellen. In seinem Königtum Deutschland hatte er nur wenig zu sagen. Die Fürsten bestimmten fast alles. Aber in Böhmen konnte er handeln. Karl gründete die erste Universität im Reich. Dann gab er den Auftrag für eine neue Kathedrale. Er wusste, zu seinen Lebzeiten würde diese Kirche nicht vollendet sein. Dennoch investierte er ein Vermögen in den Feizdrucken. Er war angewiesen auf das Wohlwollen der Bischöfe, denn der böhmischen Kirche gehörte fast die Hälfte des Landes. Er brauchte eine Krönungskirche und eine Grablege für sich und sein Geschlecht. Vor allem aber wollte Karl ein Zeichen setzen. Ganz Europa sollte erkennen, dieser Mann war entschlossen, seinen kaiserlichen Machtanspruch als Führer und Beschützer aller Christen durchzusetzen. Der Kaiser widmete eine Kapelle dem heiligen Wenzel, einem Tschechen. Das war politisches Kalkül. Die Tschechen sahen in Karl einen Westeuropäer und fürchteten um ihre Rechte. Mit dem Bau dieses Kultraums zeigte der König den Tschechen, dass er ihre Traditionen ernst nahm. Die Sympathie des Volkes war ihm nun sicher. Als Baumeister für sein neues Park beauftragte Karl IV. vor allem Deutsche. Aus Schwaben holte er Peter Parler, einen trotz seiner 23 Jahre schon berühmten Architekten und Bildhauer. Das Parlerzeichen schmückte bald überall in Böhmen Skulpturen, Brücken und Kirchen. Unter der Bauleitung Peter Parlers und seiner Familie entstand die goldene Stadt. Jahrhundertelang war der Westen des Reiches kulturell überlegen gewesen. Männer wie dieser gaben nun auch dem Osten ein neues, strahlendes Gesicht. Parler formte auch die Büsten der Ehefrauen Karls. Sie starben früh, politisch ein Glücksfall. Denn als Witwer fielen ihm ihre Erbteile zu. Eine Elfjährige wurde mit seinem Sohn, der noch Säugling war, verlobt. Als das Baby starb, nahm der Kaiser selbst das Mädchen zur Frau. Zuletzt heiratete er Elisabeth von Pommern. Sie vermochte Hufeisen gerade zu biegen. Nicht Schönheit, die mit Gift zählte. Mitte des 14. Jahrhunderts besaß Karl nur Luxemburg und Böhmen. Berechnend wie ein moderner Diplomat erweiterte er diese Hausmacht zum größten Herrschaftskomplex im Reich. Schlesien wurde in Verhandlungen mit dem polnischen König gewonnen. Jahrzehntelang dauerte es, bis die Niederlausitz an Böhmen fiel, das nun auch im Norden mit Schlesien verbunden war. Schweidnitzjauer im Zentrum brachte seine Frau Anna in die Ehe ein. Als der Maggraf von Brandenburg in Geldnot geriet, nutzte Karl die Gelegenheit und kaufte ihm seine Grafschaft gegen bare Münze ab. Alle diese Gebiete, auch Pommern, gerieten in seine Hand. Ohne Krieg. In der Waldeinsamkeit vor den Toren Prags liegt Karlstein, eine mächtige Burg mit über 6,5 Meter dicken Mauern. Soldaten bewachten die Anlage Tag und Nacht. Sie lag strategisch besonders günstig auf einem Bergrücken außerhalb der Reichweite jeder Angriffswaffe. Hierher zog sich Karl zurück, wenn er nach seinen politischen Geschäften innere Ruhe suchte. Dieser Ort hatte für den Kaiser eine besondere Bedeutung. Karlstein, Bark, zwei Kapellen und drei Beträume. Priester waren bestellt für tägliche Gottesdienste. Hier kniete der Kaiser zur Passionszeit tagelang in stiller Andacht vor mosaikgeschmückten Wänden und dachte nach über die Vergänglichkeit, das jüngste Gericht und das ewige Heil. Auf vielen Bildern hat er sich selbst darstellen lassen. Karl legt seine gefalteten Hände in die Hand des Jesuskindes. Gegenüber huldigt seine Gemahlin Anna von Schweidnitz, der Mutter Gottes. An den goldglänzenden Wänden funkelten Edelsteine im Kerzenlicht. Karlstein war ein Ort besonderer Heiligkeit. Jeder dieser Räume war wie ein Schatzkästchen von innen. Der Kaiser trug eine Fülle von Reliquien in seiner Burg zusammen. Er glaubte, dass die besondere Kraft der Heiligtümer auf ihn überginge, wenn er sich nur in ihrer Nähe aufhielte. In Frankreich erwarb Karl die wertvollsten Stücke. Im Krönungsornat empfängt er gerade ein Brötchen vom Essig getränkten Schwamm, der Christus kurz vor seinem Tod zur Munde geführt worden war. Die Lippen des Erlösers schienen gegenwärtig, wenn der Kaiser den Schwamm berührte. Ein heiliger Schauer wird seine Seele erfüllt haben. Die Malereien auf der Burg Karlstein sind wie ein Spiegel. Sie zeigen Karl so, wie er sich selbst sehen wollte. Als von Gott aus erwählten Friedensherrscher in einer heilsgeschichtlichen Mission. Nach ihm, davon war er wie alle Kaiser des Mittelalters überzeugt, kam das Ende aller Zeiten und Christus würde wieder auf die Erde herabsteigen, um die Menschen vom Elend zu erlösen. Karls Reliquienleidenschaft kostete viel Geld. Niemand außer ihm sammelte so eifrig heilige Gegenstände. In goldenen Gefäßen wurden Teile der Krippe Jesu, die Asche des heiligen Laurentius oder ein Stück von Marias Gürtel aufbewahrt. Wie besessen kaufte der Kaiser immer neue Stücke. Die Kosten interessierten ihn nicht. Aber Karl IV. war auch ein kluger Kaufmann. Er verdiente Geld mit seinen Reliquien. Freitags nach Ostern ließ er die Heiltümer auf dem Karlsplatz in Prag öffentlich zur Schau stellen. Wer sie sehen wollte, musste bezahlen. Dafür erhielt der Besucher vom Papst einen Ablass. Sieben Jahre Fegefeuer würden jedem erspart bleiben, der nach Prag Wall fahrte. Der Anbrang war gewaltig. Die Umsätze der Kaufleute stiegen und mit ihnen die Steuereinnahmen des Kaiserhauses. Damals bedeuteten Symbole mehr als Worte. Der Herrscher von Böhmen ließ seine Krone auf eine Skulptur Karls des Großen setzen. In diese Skulptur war die Schädeldecke des ehrwürdigen Franken-Kaisers eingearbeitet. Nun schien die Krone tatsächlich auf dem Kopf Karls des Großen zu ruhen. Karl und Karl. Wer wollte die beiden noch unterscheiden? Im Jahre 1356 erließ der Kaiser ein Gesetz, die Goldene Bulle. Dieses Werk, von dem illustrierte Abschriften verbreitet wurden, regelte ein für allemal die deutsche Königswahl. Sieben Kurfürsten wählen den König. Einer von ihnen, der Erzbischof von Mainz, soll innerhalb von 30 Tagen die anderen sechs Kurfürsten zur Wahl nach Frankfurt einladen. Sie dürfen höchstens 50 Bewaffnete mitbringen und sie erhalten das Recht, durch fremde Territorien zu reisen, ohne dafür zahlen zu müssen. Wer nicht nach Frankfurt kommt, verliert seine Stimme. Wenn sich die Kurfürsten nicht innerhalb eines Monats einigen können, sollen sie nur Brot und Wasser zu sich nehmen, bis zur Entscheidung. Alles war peinlich genau festgelegt, denn die ewigen Streitigkeiten um die Königswahl sollten ein für allemal beseitigt werden. Der König profitierte von der Goldenen Bulle, aber die wirklichen Gewinner waren die Kurfürsten. Sie hatten dem neuen Gesetz zugestimmt und sich dafür weitere Privilegien verschafft. An der Rheinpromenade in Mainz sind sie dargestellt. Selbstbewusste Herren, wie kleine Monarchen regierten sie ihre Länder. Während sich im Westen Europas geschlossene Staatsgebilde entwickelten, zerfiel Deutschland in dutzende souveräne Hoheitsgebiete. Reichspolitik, das hieß für Karl Einflussnahme auf die Kurfürsten. Er versuchte, die großen Erzbistümer Köln, Trier und Mainz mit seinen Verwandten oder Freunden zu besetzen. Wenn das nicht gelang, sicherte er sich das Wohlwollen der Länder durch Bestechung. Zur Rheinpfalz hatte Karl gute Beziehungen, denn er war mit Anna von der Pfalz verheiratet. Brandenburg und dessen Kurstimme gehörte ihm seit 1373. Sachsen war politisch abhängig vom Kaiser und unterwarf sich seinem Willen. Die letzte Kurstimme besaß Karl IV. mit dem Königreich Böhmen selbst. Durch geschickte Diplomatie verschaffte er sich überall Respekt. 1375 unternahm Kaiser Karl eine Reise nach Lübeck, dem Haupt der Hanse. Die Hanse hatte einen Krieg gegen Dänemark gewonnen und wer im Norden Politik machen wollte, musste mit der Hanse rechnen. Mit den Reichsinsignien voran zog der Kaiser durch das Burgtor ein. Posaunen erklangen, die Straßen waren gesäubert und geschmückt, Jungfrauen in Seidenröckchen standen spaliert. Lübeck war freie Reichsstadt. Nur dem Kaiser musste man Steuern zahlen. Es blieb genug Geld für prächtige Bauten, die Lübeck neben Köln und Prag zur größten Stadt des Reiches machten. Elf Tage weihlte der Herrscher an der Trawe. Alle Kosten übernahm die Stadt ohne zu klagen, denn vom Kaiser erhielt sie die wichtigen Handelsprivilegien und Monopole. Bronzeschmiede hatten einen repräsentablen Türklopfer für das Rathausportal angefertigt. Der Kaiser inmitten seiner Kurfürsten. Ein Symbol des Reiches. Mit dieser Darstellung versuchten die Lübecker Karl günstig zu stimmen, denn es standen schwere Verhandlungen an. Lübeck wollte seine Position im Norden sichern und den Kaiser gewinnen in dem Kampf um die Vormachtstellung an der Ostsee. Man tagte im Rathaus. Als Karl mit seinen Beratern an eben jenem Türklopfer vorüber das Gebäude betrat, sah er sich umfangen von einem Raum, größer und schöner als seine eigenen Gemächer. Schmeichelnd sprach er die Ratsleute mit Herren an, was sonst nur Hohenadligen zukam. Lübeck sollte ihm beistehen. Es ging um die Nachfolge des dänischen Königs. Die Herzöge in Mecklenburg wollten den dänischen Thron übernehmen und Karl stellte sich auf ihre Seite. Für Lübeck aber war dieser Plan ein Schreckgespenst. Alle Länder im Osten und Norden in einer Hand vereinigt. Man wäre den Mecklenburgern ausgeliefert. Die Hanseherren hatten eine gewichtige Stimme in der Nachfolgefrage des dänischen Königsstuhls. Sie dachten nicht daran, Karls Pläne zu unterstützen, sondern wiesen ihn ab. Ohne Erfolg reiste er nach Prag zurück, wo er drei Jahre später starb. Die Männer in den Rathäusern waren mächtiger geworden als Kaiser und Könige. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Jede Stadt in Deutschland war ursprünglich im Besitz eines Adligen. Auch Lüneburg. In diesem Raum tagten die Lüneburger Ratsherren. Sie waren Berater ihres Fürsten und ihm in jeder Weise untertan. Aber Lüneburg wuchs. Der Salzhandel brachte hohe Gewinne. Die Verwaltung wurde immer aufwendiger. Bald stellte sich heraus, dass Lüneburg besser gedieh ohne einen Stadtherren, der von Verwaltung ohnehin nichts verstand und nur Geld abschöpfen wollte. In dieser Kammer wählten die Lüneburger ihre Bürgermeister. Schritt für Schritt machten sie sich von ihrem Fürsten unabhängig. Schließlich kauften sie ihm alle Herrschaftsrechte ab gegen Bares. Überall in Deutschland wurden Bürger mächtig, die niemandem gehorchten, außer sich selbst. Ihre Schreibstuben und Archive bewahrten Privilegien, Gesetze und Verordnungen. Stadtleben war kompliziert. Ein Zeitgenosse meinte, mit vielen zusammenzuleben kann einem zur Hauptbeschäftigung werden. Die Ratsherren legten Gebühren und Steuern fest. Sie beschlossen über Krieg und Frieden, über Bündnisse mit anderen Städten, Münzreformen und Warenpreise. Eine Fußbotenheizung erwärmte den Versammlungsraum, während die Ratsherren diskutierten und Beschlüsse fassten. In den mittelalterlichen Städten entwickelten sich die ersten Formen einer bürokratischen Staatsverwaltung und die Grundzüge des Parlamentarismus. In einem Wandschrank verwahrten die Lüneburger einen wertvollen Schatz, das Ratssilber. Früher bestand es aus über 200 einzelnen Stücken, darunter schwere Pokale, Kannen und Gießlöwen. Am alten Ort befinden sich heute Kopien. Die Originale besitzt Berlin. Denn Lüneburg hatte seinen Schatz später verkaufen müssen. Silberschmuck war eine Kapitalreserve, um die mancher Fürst die Städte beneidete. Bald konnte man Adlige und reiche Städte kaum noch voneinander unterscheiden. Wohlhabende Bürger kauften ihren Frauen elegante Kleider, wie sie französische Damen trugen. Die Gewänder waren eng geschnitten, damit die schöne Gestalt zur Wirkung kam. Sie wollten aufreizen und betören. Schon tuschelte man über ihre verwegenen Frisuren. Königin sahen auch nicht hübscher aus. Manches Kleid stellte mehr zur Schau, als dass es verhüllte. Immer schneller wandelte sich die Mode, denn nur das Neueste übte noch einen Reiz aus. Überall Gier nach Lust und Freude. Ein Franziskanermönch hält auf dem Bamberger Marktplatz flammende Reden gegen den modischen Aufputz. Man solle lieber den Armen geben. Johannes Kapistran hat Erfolg. Eine vornehme Dame wirft reuevoll ihre kostbare Hörnerhaube ins Feuer. Das Publikum genoss die Auftritte wortgewaltiger Volksredner. Sie predigten von Höllenstrafen und Himmelslohn. Der Turm des Freiburgermünsters ist in seiner Gestalt vollkommen. Mit diesem Bauwerk demonstrierten die Bürger ihre Frömmigkeit, aber auch ihr Selbstbewusstsein. Als der Turm im Jahre 1330 vollendet war, hatten die Freiburger längst aufgehört, den Befehlen ihres Stadtherren zu gehorchen. Ulm wollte die größte Kirche im Reich besitzen. Als die Bürger den Grundstein legten, wussten sie, dass der Bau zu ihren Lebzeiten nicht fertig sein würde. Dennoch spendeten sie Geld. Erst im 19. Jahrhundert, 500 Jahre später, wurde der Kirchturm vollendet. Dafür aber ist er noch heute der höchste in Deutschland. Die Ulmer Bürger hatten sich zu etwas ganz Außerordentlichem und Maßlosem entschlossen. Das Kirchenschiff sollte Platz bieten für 29.000 Gläubige. Dabei lebten in der Stadt nicht mehr als 9.000 Menschen. Ein heiliger Eifer, Gott zu dienen und sich selbst zu loben, ergriff die Bürger überall. Sie glaubten, der Mensch würde gleich nach seinem Tod vor Gott erscheinen, um entsprechend seiner guten oder bösen Taten in den Himmel, in die Hölle oder ins Fegefeuer verwiesen zu werden. Wer im Fegefeuer brannte, konnte noch in den Himmel kommen, wenn jemand für ihn Totenmessen las. Je mehr Lesungen, desto besser. Um diese Messen für ewige Zeiten abzusichern, hinterlegte man ein Kapital, aus dessen Zinsen ein Priester bezahlt wurde. So machte es auch der Lübecker Apotheker Hartwigstod. Kurz vor seinem Tod ließ er in der Marienkirche eine Tafel anbringen. Sie erinnert den Priester daran, unter keinen Umständen zu vergessen, täglich die vorausbezahlten Messen zu lesen, während der Apotheker womöglich im Fegefeuer schmorte. Hartwigs Todsmahnung war nicht unbegründet, denn die Geistlichen hatten nicht selten über 300 solcher Fürbitten zu lesen. Pro Woche. Reiche Bürger kauften sich Seitenkapellen. Wer kein Geld besaß, trat in eine Bruderschaft ein, eine Art geistlicher Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Er verpflichtete sich in der Genossenschaftskapelle, einige tausendmal das Vaterunser, nebst Ave Maria zu bieten. Diese Leistung kam allen Mitgliedern zugute. Das Leben im Jenseits ließ sich vorausplanen wie ein Geschäft. Im 14. Jahrhundert waren die meisten Kathedralen vollendet. Stiftungsgelder flossen nun in prächtige Altäre. Jeder Opfertisch sollte ein Bild tragen. Die Künstler in den Städten erhielten massenhaft Aufträge für große Tafelmalereien. Meister Bertram aus Minden schuf einen Altar, den Bilder aus der Schöpfungsgeschichte zieren. Sein Werk entstand um 1380. Damals begannen die Menschen, ihre Welt mit anderen Augen zu sehen. Im Bertram-Altar ist dieses neue Bewusstsein genauer zu erkennen. Noch im alten Stil hat der Meister den Grund des Gemäldes mit Gold ausgelegt. Gottvater erhebt seinen rechten Arm und erschafft Eva aus seiner Rippe des schlafenden Adam. Der Golduntergrund galt als Symbol für das Himmlische, Ewige. Die Gläubigen sollten das heilige Ereignis mehr empfinden als wirklich sehen. Unversehens mischte Meister Bertram in diese entrückte Darstellung ein Stück Realität. Unter der Rippe Adams wächst ein Ast hervor, an dessen Zweigen junge Blätter sprießen. Sie sind so fein gemalt, dass man glauben möchte, Bertram habe sie von einem Strauch in seinem Garten abgebildet. Sanft windet sich die Schlange um den Stamm des Apfelbaumes. Zarte Schattierungen verleihen ihrem Leib eine anschauliche Körperlichkeit. Der Sündenfall im Paradies findet auf einem unwirklichen goldenen Hintergrund statt, vor dem, wie auf einer Bühne, Kulissenteile aus der realen Welt aufgestellt sind. Meister Bertram stellte der alten Mahlweise sein neues Empfinden gegenüber. Gott im imaginären Niemandsland, aber der Wald daneben wie eine wirkliche Landschaft. Bisher hatte die Kirche Form und Inhalt der Kunst bestimmt. Alles war symbolisch und bedeutungsvoll. Mit dem Aufstieg der Bürger und ihrer praktischen, auf das irdische gerichteten Lebensweise kam eine neue Weltsicht auf und die Künstler malten, was die Bürger ihrer Auftraggeber empfanden. Die Wirklichkeit mit all ihren natürlichen Gestalten und Erscheinungen. Bühse Geister ergreifen den römischen Stadthalter von Patras. Hans Burnemann malte die Szene. Er verlegte das Geschehen von Griechenland nach Norddeutschland. Im Hintergrund topografisch in allen Einzelheiten genau ausgeführt. Ein Teufelchen packt das Pferd am Maul, um es zu verhexen. Ein anderer Dämon umklammert die Beine, damit der Gaul zu Fall komme. Der Reiter kann sich nicht mehr im Sattel halten und stirbt einen furchtbaren Tod. Burnemann fand offensichtlich Vergnügen an dieser Gruselgeschichte aus der Legende des heiligen Andreas. Er ließ seiner Fantasie freien Lauf und spielte mit Farben und Formen. Hans Burnemann stellte solche biblischen Ereignisse so dar, als würden sie sich gerade jetzt in der Heimat ereignen. Wieder vor den Mauern Lüneburgs begegnen sich auf diesem Bild Abraham und der Priesterkönig Melchisedek. Die heiligen Kölns, Gestalten aus verschiedenen Epochen, sind aufgereiht vor dem mittelalterlichen Panorama der Stadt. Welcher am Bau des Dormes beschäftigte Handwerker wollte noch bezweifeln, dass die Heiligen ihn bei seiner Arbeit wirklich beschützten. Viele Stadtbewohner waren Tagelöhner, Arbeiter, Knechte. Sie besaßen zu wenig Geld, um Bürger werden zu können. Das Bürgerrecht musste man sich erwerben. Den Rang des Einzelnen bestimmten Vermögen und Besitz. Die Handwerker waren Bürger. Dies ist der Panzerhemdenmacher Heinz. Ein halbes Jahr lang arbeitete er an einem Kettenhemd. Der Harnischpolierer Hans Pernecker aus Nürnberg gibt einer Ritterrüstung den letzten Schliff. Im Mittelalter arbeiteten die Menschen nicht mehr als heute. Urlaub gab es nicht, aber unzählige Feiertage. Wer ein Gewerbe ausüben wollte, musste Mitglied einer Zunft sein. In den Zunfthäusern wurden Löhne und Preise festgelegt. Hier bestimmten die Zunftmeister Menge und Qualität der Produktion. Alle Mitglieder sollten gleich viel verdienen. Konkurrenz und Neuerungen schadeten nur. Der Beutlerzunft in Braunschweig gehörte dieses bemalte Kästchen. Die Beutler stellten Taschen und Hosen aus Leder her. In ihrer Lade schlossen sie Dokumente und Siegel ein. Zu Beginn einer Versammlung stand das Kästchen geöffnet auf dem Tisch. Dann mussten die anwesenden Meister und Gesellen besondere Redevorschriften einhalten. So stand es in der Satzung geschrieben, die das Zunftleben ganz genau regelte. In Augsburg gab es 1368 eine kleine Revolution. Die Politik der Stadt bestimmten reiche Kaufmannsgeschlechter. Sie hatten Fehler gemacht und Augsburg in hohe Schulden getrieben. Ähnlich war es in Straßburg und Ulm. Die Bürger misstrauten den alten Ratsfamilien, die selbst herrlich über Geld entschieden, das von den Handwerkern aufgebracht worden war. In dieser schwierigen Lage erhoben sich die Handwerker und erstritten eine führende Position. Ohne eine straffe Organisation durch die Zünfte wären alle Aufstände gescheitert. Die Zunft war ein Zwangsverein. Wenn ein Mitglied Nachwuchs bekam, wurde im Zunfthaus gefeiert und alle mussten erscheinen. Der Meister mit seiner Familie, seinen Gesellen, Lehrlingen, Knechten und Mägen. Auch Witwen kamen. Sie erhielten finanzielle Hilfen und Trost. Das moderne Versicherungswesen beginnt mit den Zünften. Im Festraum der Augsburger Weber wurde zunächst gebetet. Dann begann die Feier. Junge Gesellen lernten hier ihre zukünftigen Bräute kennen. Witwen waren besonders gefragt. Denn wer die Frau eines verstorbenen Meisters heiratete, konnte selbst Meister werden, wenn die Zunft die Erlaubnis gab. Unverheiratete Frauen und Männer, aber nicht nur sie, pflegten häufigen Umgang in Badehäusern, von denen es in Frankfurt gleich 15 gab. Anfangs badeten Männer und Frauen getrennt. Aber die Sitten lockerten sich. Manche Badehäuser wurden zu reinen Vergnügungsstätten. Es gab im Mittelalter mehr Frauen als Männer. Mädchen aus armen Familien blieb eine Ehe mit ihrer rechtlichen und wirtschaftlichen Sicherheit häufig versagt. Viele mussten sich als Dirnen in Badehäusern durchbringen. Der Hamburger Rat hatte Bordelle eingerichtet, damit sich die Hübschlerinnen nicht in der Nähe von Kirchen aufhielten. Wie sich die Prostituierten zu verhalten und zu kleiden hätten, damit jeder sie erkenne, wurde von den Stadtoberen genau festgelegt. Sie gewährten auch den Dirnen eine Art Zunft. Prostitution galt zwar als unehrenhaft, aber die Hübschlerinnen gehörten zur Gesellschaft. Wenn die Ratsherren einen Kaiser in ihrer Stadt begrüßen, stand auch eine Hurendelegation zum Empfang bereit. Alles Leben in der Stadt vollzog sich öffentlich. Im Hamburger Stadtrecht ist eine Gerichtsverhandlung dargestellt. Jeder darf zuschauen, sogar bei der Urteilsfindung. So erfährt das Volk, was erlaubt ist und was verboten. Ein gefesselter Übeltäter hat bereits sein Urteil erhalten. Zwei Gerichtsdiener an den weißen Stäben zu erkennen, führen ihn zur Vollstreckung ab. Von der Straße aus drängen weitere Kläger vor. Das Stadtleben kann ohne ein Gericht nicht mehr funktionieren. Nur auf dem Land wurde im 14. Jahrhundert noch Privatjustiz geübt. Das Urteil fällen der Schuldheiß und elf Schöffen. Gleich wie Christus unter seinen elf Aposteln. Diese Männer sind ausgewählt aus den zufällig anwesenden Personen. Ein Schwerverletzter weist seine Wunde vor. Ihm gegenüber steht der Verteidiger schützend vor dem Angeklagten. Der Bösewicht zittert. Bei einer Verurteilung könnte auch ihm die Hand abgeschlagen werden. Alles hängt von den Beweismitteln ab. Zeugen der Tat machen ihre Aussagen, die vom Schreiber notiert werden. Aber der formale Zeugenbeweis hat keine große Bedeutung. Viel wichtiger ist der Eid. Wenn beide, Kläger und Beklagte, einen Eid schwören, entscheidet die Zahl der jeweiligen Eideshelfer darüber, wer glaubwürdiger ist. Ein Mann ist erschlagen worden. Das Leichenhemd des Toten ist über Händen und Füßen zusammengebunden, damit sicher ist, dass er nicht herumsputen kann. Nach germanischer Auffassung erhebt der Tote selbst durch den Mund seiner Blutsverwandten die Mordanklage. Deswegen beginnt der Prozess direkt am Tatort im Beisein der Leiche. Die Bestrafungen sind ein Jahrmarktsvergnügen für die Städter. Lüstert betrachten sie eine nackte Frau, die mit 40 Schlägen, eine biblische Zahl, ausgepeitscht wird. Wer im Gefängnis sitzt, leidet tausend Qualen. Lebenslang gibt es nicht. Das wäre für die Stadt zu teuer. Auf einem Holzpfahl steht der Kark, ein bedeckter Käfig, in dem Ehebrecherinnen zur Schau gestellt werden. Jeder darf sie verspotten und demütigen. Im Lübecker Kark auf dem Marktplatz schmachteten Preistreiber, Betrüger und zanksüchtige Frauen. Eine solche Strafe beeinträchtigt die Ehre eines Menschen und seine Rechte. Er konnte nicht mehr Schöffe oder Zeuge werden und durfte kein Gewerbe ausüben. Am Pranger stehen galt als milde Strafe. Viel häufiger wurden gravusamere Urteile ausgesprochen. Niemand fragte nach den Motiven und Begleitumständen eines Verbrechens. Mildernde Umstände gab es nicht. Unzurechnungsfähigkeit ließ man nicht gelten. Jede Tat musste gesühnt werden. Wenn Angeklagte ihr Verbrechen nicht gestehen mochten und keine Zeugenaussagen vorlagen, wurde gefoltert. Die Folter galt nicht als eigentliche Strafe, sondern als Beweismittel innerhalb eines Verfahrens. Man wollte Todesurteile nicht der Willkür eines Schöffengerichtes überlassen. Besser war es, wenn sich der Beschuldigte durch die eigene Aussage überführte. Dass ein unter Folterqualen erzwungenes Geständnis nicht immer der Wahrheit entsprach, wusste man. Aber das Urteil brauchte eine sichere juristische Grundlage. Die meisten Städte kannten nur ein mündlich überliefertes Gewohnheitsrecht. Aufgeschrieben aber wurde jeder, der in die Acht gefallen und aus der Stadt getrieben worden war. Geächtete sahen sich hilflos ihrem Schicksal ausgeliefert. Niemand empfand Mitleid mit den Entrechteten und Verstoßenen. Sie waren schließlich selbst schuld an ihrer Notlage. Aber über das schwere Los von Armen, Gebrechlichen und Irrsinnigen vergossen die Menschen Tränen der Rührung. Wer sich vor Altersschwäche oder Krankheit nicht mehr helfen konnte, wurde wie im Lübecker Heiliggeistspital von Mönchen und Nonnen gepflegt bis zum Ende seiner Tage. Hier gab es ärztliche Versorgung, Kleidung, ein Bett und sehr gutes Essen. Alles war kostenlos, bis auf eine kleine Gegenleistung. Die Armen mussten alle sieben Stunden 30 Vaterunser beten für die Wohltäter des Hauses. Das waren die reichen Familien, die das teure Portal am Eingang gestiftet hatten. Sie hatten auch Land verschenkt, aus dessen Erträgen sich das Spital finanzierte. Die Vermögenden erhofften sich für ihr eigenes Seelenheil, die Fürbitte der Armen. In Armut lebten Kleinkrämer, Fuhrleute, Witwen und Waisen, die nicht in einer Zunft gesichert waren. Sie konnten nichts zurücklegen für schlechte Zeiten. Eine Missernte, eine Teuerung genügte, um sie an den Rand ihrer Existenz zu bringen. Auch hier halfen geistliche Organisationen. In der Küche des Dominikanerinnenklosters Rothenburg bereiteten die Nonnen Brei oder Suppen für die Armen zu. Der Klosterbereich war streng von der Außenwelt abgegrenzt, deshalb wurde die Speise in eine Drehlade gestellt. Von der Straße aus konnten sich die Bedürftigen bedienen. Dominikaner und Franziskaner genossen wegen ihrer Fürsorge überall hohes Ansehen. Sie boten mehr als die offizielle Kirche, die um 1400 in eine schwere Krise geraten war. Es gab zwei Päpste, einen in Rom, einen anderen in Avignon in Frankreich. Hier hat sich die alte Residenz erhalten, eine gewaltige Anlage, mehr Festung als Palast. Sie wurde belagert, beschossen, unter Feuer gesetzt, aber das Bollwerk hielt stand. Die beiden Päpste verfluchten sich gegenseitig und damit versanken sie in einem Sumpf aus Intrigen, Verbrechen und Sünden. Sie brauchten viel Geld und verkauften Kirchenämter an obskure Gestalten. Die Päpste gebärdeten sich wie Fürsten. Sie hielten sich mit Tressen, verteilten den Kirchenschatz an ihre Söhne und zählten das restliche Geld. Der Dichter Petrarca schleuderte dem Papstpalast die Worte entgegen. Grausamer Kerker, du des Truges Amme, der Tugend Grab, voll Lust zum Sündenpfule. O Höllenschlund, dass doch vom Richterstuhle kein Wunder wär's. Christus dich verdamme, schamlose Metze. Auch das Reich war kirchlich gespalten. Die meisten Länder und Städte hielten es mit dem römischen Papst. Denn der Oberhirte in Avignon war vom französischen König abhängig. Seine Anhänger saßen vor allem westlich des Rheins. Viele Provinzen fühlten sich zwischen beiden Seiten hin- und hergerissen. Sie wechselten von Rom nach Avignon oder von Avignon nach Rom. Mit Religion hatte dies alles nichts zu tun, sondern mit Machtpolitik. Im Jahre 1409 gab es sogar drei Päpste. Der Römische verlor in Deutschland und Italien seine beherrschende Stellung. Er musste das Feld räumen für das neue Oberhaupt aus Pisa. Der Avignon-Papst hatte im Reich politisch ausgespielt. Das Chaos war vollkommen, als in diesen Wirren drei deutsche Könige regierten. Gleichzeitig. 1414 riefen König Sigismund und Papst Johannes die Herrscher Europas nach Konstanz. Ein allgemeines Konzil sollte die Krise der Kirche endlich bewältigen. Die Aufgabe? Überwindung der Spaltung und Reform in Kirche und Lehre. Ein vorgesehener Tagungsort war das Kaufhaus. Ein halbes Jahr verging, bis alle Gäste eingetroffen waren. Patriarchen, Erzbischöfe, hunderte von Priestern und Mönchen. Gesandte aller europäischen Fürsten strömten herbei. In ihrem Gefolge Krämer, Knechte, Theologen und, nicht nur für die Bischöfe, 1500 Dirnen. Das größte Konzil in der Geschichte der Kirche war ein Fest für Konstanz. Die Preise stiegen. Über drei Jahre lang waren Tausende zu versorgen. König Sigismund erwartete auch die drei Päpste. Zwei kamen nicht. Sie wollten sich einem Konzil nicht beugen. Im Münster fanden die Plenarsitzungen statt. Das Konzil gab sich eine feste Organisation, ernannte Beamte und regelte die Abstimmungen. Zuletzt sprach er sich selbst die Obergewalt zu über die gesamte Kirche. Alle Päpste wurden abgesetzt und erneuer gewählt. Das Konzil erklärte sich in allen Fragen der Kirche und des Glaubens für unfehlbar. Jan Hus, ein Professor aus Prag, behauptete, die Prelaten seien zu reich und zu satt. Der reine Glaube sei in den Schmutz gezogen. Die Kirche müsse sich von Grund auf ändern. Höchste Instanz seien aber weder der Papst noch das Konzil, sondern die Bibel. Damit war eine Grenze überschritten. Jan Hus wurde in Konstanz zum Tode verurteilt. Unter seinen Scheiterhaufen legte man einen Tierkadaver. Der Gestank sollte das Volk davon überzeugen. Mit Hus würde der Teufel verbrannt. Dieser Mann war der Machtkirche zu gefährlich. Er hatte die kleinen Leute, besonders in seiner Heimat Böhmen, für sich gewonnen. Sein Tod sollte alle Treffen, die gegen die bestehenden Grundlagen kirchlicher Ordnung protestierten. Kuss war nicht der letzte Ketzer, der auf dem Scheiterhaufen starrt. Das große Konzil hatte keine Erneuerung des Glaubens und der Kirche erreicht. Es ging auseinander und hinterließ beim Volk tiefe Enttäuschung. Die hohen Würdenträger hatten versagt. In Böhmen griffen die Anhänger einer wirklichen Reform, die Hussiten, zu den Waffen und schlugen in blinder Wut auf alles ein, was an die alte Kirche erinnerte. Die Menschen empfanden Trost in solchen Schauervisionen. Da sind sie aufgereiht, die Machthaber, der Papst, der Kaiser, ein Kardinal, der König, ein Bischof. Die mittelalterliche Standesordnung ist streng gewahrt. Zwischen ihnen springen bizarre Grippe einher. Sie packen die Würdenträger und zwingen sie zu einem gespenstischen Tanz in den Tod. Das Sterben macht alle Menschen gleich. Jeder wird im Augenblick des Todes von Gott zur Rechenschaft herangezogen. Wer mit Mühe beladen ist, wird in den Himmel kommen. Der Tod ruft einem Tagelöhner zu. Du musst froh sein. Ich befreie dich von großer Sorge. In unseren Händen, so klagt ein hoher Würdenträger, ist das Reich geschwächt worden und vernichtet. Unsere Nation, zerrissen und zerschlagen, findet zu keiner Stunde Ruhe. Überall tönt Kriegslärm. Nirgends ist Sicherheit. Jedermann lebt vom Raube. Die Menschen ergriff Schwermut. Es gab zu viel Hass und Unrecht, aber keine Hoffnung. Kaiser und Kirche, diesen universalen Gewalten von einst, man traute ihnen nicht mehr. Könige, Fürsten und Bischöfe waren zerstritten in unendlichen Fäden. Überall wuchs die Unsicherheit. Prediger und Dichter mahnten zur Umkehr. Doch das Böse, jeder wusste das, hatte sich sogar im Haus Gottes eingenistet. Das Bauwerk der christlichen Kirche, in über tausend Jahren errichtet, begann einzustürzen. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Menschen des späten Mittelalters glaubten, die Welt sei alt und verbraucht. Und sie waren sicher, das Ende aller Zeiten brach nun an und niemand würde entkommen. Die Menschen des späten Mittelalters glaubten, die Welt sei alt und verbraucht. Untertitelung des ZDF, 2020